Hallo liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Gäste. Ich darf Ihnen jetzt einen ganz besonderen Gast vorstellen, den Tormann, den Schulleiter der privaten Schule in Kairo. Und er hat eine besondere Gruppe mitgebracht und Herr Tormann wird Ihnen diese Gruppe selbst vorstellen. Dankeschön. Ein Applaus bitte für Herrn Tormann, der den weiten Weg zu uns bekommt. Liebe Kinder, liebe Damen und Herren, dear children, ladies and gentlemen, we are very happy that we were given the chance to visit you here at German School Holgada from Kairo. And I would like to introduce our ballet group from private German School Kairo. I don't know how many of you know about us. However, our school is a German school like yours. Unsere Schule ist eine deutsche Schule wie eure. Aber unsere Schule hat ein musikalisch-künstlerisches Profil. But our school has a profile that puts emphasis on music and art. Therefore, everybody, every child studies ballet in our school. Jedes Kind in unserer Schule lernt, nimmt einen Ballettunterricht teil, lernt Klavier spielen, lernt Flöte spielen, singen. Wir sind eine Schule mit musikalisch-künstlerischem Profil, auch eine deutsche Schule. Und nun freue ich mich ganz besonders, Schülerinnen und Schüler unseres Schulballetts vorzustellen, die in Prag bei einem ganz großen Festival, bei dem internationalen Tanzfestival in Prag, den zweiten Platz errungen haben, gegen ganz, ganz viele andere Teilnehmer, die aus vielen Ländern dort zu Gast waren. And now I would like to introduce some students from our ballet classes, who won the second prize at the International Dance Festival in Prag against very many other students from very many different countries. I hope you will enjoy. Thank you. Applaus 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 Amen. 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 Amen.